Musik Im Rahmen der Projekttager haben wir uns als Schule mit dem Thema Fremdenbegegnen auseinandergesetzt. Egal um welche Aspekte es geht, jeder von uns begegnet öfter mal Dingen, die er vorher nicht kannte. Sei es im Urlaub, im Restaurant oder im Park. Wir haben dieses Kochbuch geschrieben, um deutlich zu machen, dass man durch Essen viele fremde Menschen kennenlernen kann. Dadurch entstehen Geschichten, die einem oft in Erinnerung bleiben. Außerdem ist ein Gericht automatisch viel besonderer, wenn man eine Geschichte damit findet. Wir haben Rezepte zu Gerichten vorbereitet, hinter denen sich großartige Geschichten verbergen. Ich bin Abdul. Ich kam neu in die zweite Klasse. Da war ein Junge namens Gabriel. Ich musste mich direkt neben ihn setzen. Danach wurden wir richtig gut Freunde. Und nachher in der Pause hatte ich kein Essen. Er hat mir ein Stück von seinem Sandwich gegeben. Hallo, mein Name ist Gabriel und ich möchte euch heute sagen, warum ich die Beef Rips als Rezept für das Kochbuch meiner Klasse gewählt habe. Vor sechs Jahren bin ich aufgestanden um 12 Uhr, morgens war das am Wochenende, weil meine Mutter mich gerufen hat. Die meinte Gabriel, komm runter und so. Und dann habe ich mich halt schnell fertig gemacht, angezogen und bin runtergegangen. Und dann waren da richtig viele Menschen auf einmal im Haus und im Garten, weil wir eine Grillparty gemacht haben. Und ich wusste das halt nicht. Meine Mutter hat das einfach so unangekündigt gemacht. Oder wahrscheinlich schon vorher. Und ich wusste das halt nicht. Ich wusste das halt nicht. Meine Mutter hat das einfach so unangekündigt gemacht. Ich wusste das einfach so unangekündigt gemacht. Und ich wusste das einfach so unangekündigt gemacht. Und dann habe ich da einen anderen Jungen gesehen. Der hat dasselbe wie ich gemacht. Da habe ich gesagt, warum sitzt du da auch alleine? Ich habe auch keinen Bock auf die Menschen. Wir sind halt in ein Gespräch gekommen. Und ja, seitdem, seit sechs Jahren, sind ich und er halt immer ohne Stress, ohne gar nichts, Freunde geblieben. Und das wird, glaube ich, auch in Zukunft so bleiben. Und deswegen habe ich auch dieses Rezept genommen, weil das, weil durch B-Flips, habe ich einen sehr guten Freund kennengelernt. Hallo, ich bin Halad. Ich habe dieses Rezept gewählt, weil dahinter eine schöne Geschichte steckt. Als ich 2015 mit meiner Familie in Deutschland angekommen bin, konnte ich hier niemanden. Mit meiner Familie bin ich besuchen gegangen. Wir haben eine neue Familie kennengelernt und getroffen. Nachdem wir bei dem waren, habe ich für den gekocht, dieses Rezept gebacken, beziehungsweise. Und dann irgendwann mal später kam der Sohn der Familie nach Hause und hat gefragt, wer dieses Bachlava gebacken hat. Dann habe ich gesagt, dass ich es war. Der war sehr begeistert und irgendwie auch glücklich. Ja, und dann haben wir geredet und wir haben gemerkt, dass wir uns gut verstehen. Dann haben wir Nummern ausgetauscht. Und zurzeit sind wir immer noch in Kontakt und in einem guten Kontakt, kann man sagen. Ja, und wir sind auch beste Freunde geworden. Hi, ich bin Noah. Ich war mit meiner Familie in Griechenland, haben da Urlaub gemacht und darüber zeige ich euch jetzt was. Und zwar, meine Familie und ich sind dann zum Restaurant gegangen. Wir haben uns was bestellt, zwei Ofenväter. Und das Essen war richtig lecker, war alles super da. Ja, dann nach dem Essen sind wir dann runter zum Strand gegangen. Und dann haben meine Schwester und ich welche einheimischen Kinder gesehen, die haben Fußball gespielt. Und wir haben dann einfach gefragt, ob wir mitspielen können. Und die meinten ja. Und ja, da haben wir den ganzen Abend zusammen gespielt. Hatten viel Spaß gehabt, haben gelacht. Das war richtig lustig. Und nach der Zeit mussten wir halt dann leider gehen und das war halt ziemlich blöd. Die von uns zusammengetragenen Geschichten zeigen, wie sehr ein gemeinsames Essen verbinden kann und dass ein geselliges Beisammensein mit leckerem Essen oft dazu beiträgt, dass man ins Gespräch kommt und einander offener begegnet. Die derzeitige Corona-Pandemie schränkt unsere Möglichkeiten solcher Begegnungssituationen erheblich ein. Daher wünschen wir uns von ganzem Herzen, dass die Pandemie bald ein Ende hat und wir wieder die Gelegenheit haben, weitere wundervolle Erinnerungen zu schaffen, bei denen wir neben unseren Freunden auch Fremden begegnen. Vielen Dank.